Guten Tag liebe Freunde, ich werde euch jetzt eine Geschichte erzählen und zwar spielen wir TTT und dabei ist Botzer, Dalukat, Kundran, Daurau, Nefi, Nils, Krabs, Fisk, Servus und ich, Hallo. 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 Das ist eine Scheißgeschichte. Das ist eine Scheißgeschichte. Auf jeden Fall kein Scheiß der PS, ey. Von der ersten Staffel fand ich geiler. Boah, Goro ist es. Goro ist halt jetzt eine Serie geworden, nicht mehr in Spielen vielleicht. Das Buch ist halt jetzt Mainstream, ne? Das Skript, was wir vorher hatten, ich glaube, jetzt ist tot. Jetzt schon gekürzt werden. Wegen Budgetmangel. Ja, ja, wir müssen auch Budget eher. Wir können nicht mehr so lange Folgen bringen. Ja. Ist das jetzt Goro oder nicht? Nefi ist teurer geworden. Nefi ist tot. Ja, wir machen das umsonst, ey. Ich koste. Welche Spinne hat er in ihr Feuer gelegt? Spinne. Das ist Kamin. Das ist hoffentlich kein Kamin. Grants, das war doch eindeutig, oder? Ich dachte eigentlich auch, aber... Ja, komm. Das war eindeutig. Was? Was? Das kam aber auch sehr komisch vor. Ich hab nichts gesehen. Also, Kunran und Grants haben eine Ruhe, oder? Keine Ahnung, wer Tauter getötet hat. Nein, ich hab ihn nur getötet. Grants ist weitergelaufen. Habt ihr euch wenigstens gegenseitig noch die Hand gehalten, als er ihm die Kugel in den Kopf geschossen hat? Grants ist weggegangen, aber... Er ist jetzt gestorben. Noch einer down. Und da kommt Nefi. Bis. Nefi war doch schon tot. Eben. Dann wurde er wiederbelebt. Wie lange aber auch da rum stand, ey. Ja, ja. Bestimmt eine Minute, oder so. Ich war einfach AFK. Ja, und? Ich hab den Leck. Das ist kein Grund. Der hat den Leck. Einen so langen Leck kann man gar nicht haben. Ein 40 Sekunden Leck? Das heißt, die Titanic hat ihn länger. Draußen liegt Nefi. Die Titanic hat er auch ein Leck. Oh, ja. Nefi. Nix Nefi. Ich versuch das Fass abzuschießen. Da war gut. Ah, jetzt. Es geklappt. Ich seh den Tektiv von hier. Oh, da war noch wen erschossen. Ja, ne. Das hoff ich nicht. Sowas kriegt er nicht hin. Da ist die Leiche weggefällt. Die lag neben dem Fass. Nein, hier ist nichts. Doch, an der Mauer. Hier ist nicht mal Blut. Ey, das ist... Hat er dich getroffen von da oben damit? Ich bin ja auch aufgedreht. Leute, passt auf, Nils. Nils. Alter, ich bin doch hier gerade nur hier die Tür gegangen. Ja. Du wüsst das mit Sicherheit. Ist verboten. Hey. Auf mich wurde gesnipert von hinten. Da oben. Von da oben. Ja, ich bin Nils. Ne, ne, ne. Nefi ist weiter oben. Ja, ich hab aber hier ne Diegel. Nein, ist einer da oben. Wer hat da irgendwas neben mir... Achso, es wurde da nur. Nils. Wenn ich tot bin, wird es Nils. Wenn ich tot bin, ist es Nils. Nefi hatte ich eh vorhin schon im Verdacht. Nefi habe ich auch schon mal im Verdacht, ja. Was ist mit Krabs eigentlich? Ist der tot? Krabs ist tot. Ist der real? Ich glaube, vorhin war irgendwie was mit dem Baby oder so. Vielleicht hat Krabs das gefressen. Dalo fliegt schon mal. Schneller Weg nach oben. Ey, Fisk, man. Mann. Hier ist Nefi, hab ihn. Boah. Ah. Bin fast tot, Leute. Wenn ich jetzt sterbe. Und was ist mit Nefi? Was da? Du wirst es doch. Oh, da kommt noch einer. Schieß Goro ab. Schieß Goro ab. Ich muss weiter nach oben. Tut mir leid. Versuch's. I must go. My people need me. Da fliegt einer. Boah. Dalo. Hey, Goro, da ist eine Heilige vor Nefi. Lauf! In welche Richtung denn? Wenn sie echt eine Heilige ist, stirbst du. Ist sie kaputt? Da ist sie. Goro ist ja ein Sniper. Ich hab ne Galilie. Okay, Brandgranate auf Nefi. Das ist echt eine, aber die hat da wieder mit Kuh getroffen. Fisk hat eine Heilige, Leute. Ja. Ich schmeiß die. Ich schmeiß die. Nils. Das tötet Menschen. Oh! So was wie. Boah! Good Gaming. Goro. Ich glaube Goro. Ah ne, Goro. Ja, stimmt. Pass auf, da rechts. Wow! Trick! Good Gaming auch. Nein, 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 nein. Und da hat er nicht gerechnet. Nein, hab ich nicht. Nefias oder Nils? Good Gaming. Ja, Moment dann. Das ist Nefi. Nein, 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 nein. Good Gaming ist es. Ihr könnt euch duellieren. Ja, ach. Du kannst auch auf Good Gaming schießen. Ist das safe? Ja. Dalu? Äh, nee, Dalu lebt gar nicht mehr. Craps lebt noch. Craps lebt ja auch noch. Aber Nils wehrt sich da auch nicht gegen. Die Aussage. Nee, es ist Nefi. Ich weiß aber nicht, wo er ist. Er redet auch jetzt nicht mehr. Gute Idee, Grundran. Kenn die Map doch nicht so gut. Wir haben gewonnen jetzt. Bist du in die Farbe gerannt? Ey, der eine Ruf bei Goro war ja geil, ey. Auf die Leiter und dann auf Goro gesprungen. Ich dachte Nefi hat ihr... Die Musikers kennt, aber es war Nils, ne? Mhm. Kenn das hier nicht. Hast du mich da nicht mehr gesehen, Doro? Weil du hast ja nicht zu mir hingeguckt. Nee, ich war... Ich dachte... Nee. Also die haben... Wer hat alles auf mich geschossen eigentlich? Nein, ich und Nils in den Raum gegangen. Und Nils war ja auch Traitor. Ja, aber Nils hat mich ja nicht... Nils hat mich ja nicht, äh... angeschossen. Ja, aber ich bin dann auf deinen Kopf gesprungen. Aber was hast du dann gemacht? Ja, es war rot alles halt. Und dann war ich tot. Passiert halt. Dann kam die Panik oder was. Aber... Fisk hat ja auch nicht reagiert, als ich Bots ans Gesicht geschossen hab. Wie soll ich so schnell reagieren? War sofort instant tot. Dann auch. Zwei mit einer Kugel, ey. Ja! Ja, tut mir sehr leid, Tautau. Das war aber... Du stundst da so ewig lang... Seit Geistern spackt mein Internet schon ganze Zeit da rum. Geistern? Was ist das denn? Geistern? Ach, Mann, Leute. Du bist gemein, ey. Du übertreibst. Ja, Geistern. Hey, Goro! Wer ist dafür, dass du Goro sofort hätten? Upsala. Upsala. Gersh wird er gemacht. Bots da! Ja, ich musste Goro einfach schubsen. Upsala. Ich glaub nur, wo ist der andere. Kunran ist der andere. Nein. Ich bin's nicht. Achso, wie abgesehen. Wurde gucken, wer da oben ist. Der Grenze ja irgendwo oben sein muss. Huah! Ey. Leute. Potsda, wo bist du? Wow! TABIAS! Gerade noch runtergeguckt, ey. Da ist jemand verkiftet worden. Ich seh' nix. Genau in die falsche Ecke gedreht, ey. Tank war ist da drin. Ach, Fisk, du bist's. Ja. Tschüss. Nein! Lass mich! Oh, der Detective. Tautau. Yeah. Jetzt lass mich halt mal an die Zähne belegen, Mann. Oh, wieso hast du ihn nicht einfach... Oh, Mann. Goro, ey. Mann, 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 Mann. Was war denn da los? Ja, was war denn da los? Ich musste einfach von Goro schubsen. Goro, das war auch gut. Goro hat mich vorher aus dem Fenster geschoben. Oh, was für dich? Das war's mir wert, die Identität zu abfragen. Ich hab' mir überrissen, dass ihr Baby hinten noch eine geschmissen hab' versucht hab' aber irgendwie ist das hängen geblieben. Du standst da so und ich dachte... Ja, dann... Kann ich mir gut vorstellen, dass deine Babys hängen bleiben, Mann. Ich hab' wieder... Ich hab' wieder... Ich hab' wieder positive Funkzahlen. Der war jetzt fies. Awww. Awww. Angenommen. Der Goro durfte auch schon ihre Farben machen. Mit hängen gebliebenen Babys. Der kann die Augen suchen. Awww. Awww. Was mach' ich? Crabs wollte mir auch mal nen Baby andrehen, aber... Wo ist Goro, Alter? Da Fanboy, du. Keine Ahnung. Davy will mich töten. Davy will mich töten. Davy will mich töten. Hat einer Goro gesehen? Ja, der war unten am Platz. Ich verleihe 30 Kugeln für ne richtige Info. Ich bin hier bei der großen Eiche. Hier wurde gestorben. Du hast nichts gesehen, Tato. Was? Boah, du bist extra noch mal zu dem Tato zurückgegangen? Ah, du Sack. Ja, ja. Wo bin ich denn gestorben? Hier, beim Galgen. Aber... Grants, danke, dass du mir mein Ziel abgenommen hattest. Jaja, hier. Wer war dein Ziel? Hier, Goro. Achso. Ja, Goro ist immer der Ziel. Dalu hat Goro getötet. Und Nils hat auf mich geschossen. Der hat immer gesüffert. Ja, ich war das. Ach, da bist du. Hat immer mit ner Schraut geschossen. Man hat immer Goro als erstes auf der Liste. Hast du das so eingestört? Achtung, Tato. Hä? Hä? Ist da einer reingegangen? Hinter dem... Ist da einer reingegangen? Es ist Dalu. Oh, nie mehr raus. Da ist einer drin. Da ist einer drin, Tato. Jaja. Oh nein, das ist nicht Dalu. Warum sollte es sein? Da trinkt einer. Hier, der trinkt hier drin. Hast du ein Maschinengewehr? Hast du ein Maschinengewehr? Geh rein. Geh rein. Geh rein. Geh links um die Ecke. Alter, das ist ne Falle da drin. Die wurde deaktiviert, sonst wäre die Tür nicht auf. Jaja, als Traitor kannst du rein. Das weiß ich. So. Rand rein. Dönt ihn halt. Da unten liegt übrigens ne Leiche unidentifiziert. Wow. Man, er hätte auch einfach in den Raum gehen können. Der hätte einfach reingehen können. Der hätte einfach reingehen können. Der wäre viel einfacher gewesen. Der wäre viel einfacher gewesen. Fick. Ja. Oh nein, ich sterbe. Crabs ist es nämlich. Oh shit. Dankeschön. Tür zugehalten. Lasst euch Zeit. Und. Bye. Nice try Nils. Mission Impossible hergeschlagen. So. Nur noch die beiden Traitor und ich? Nein. Nur noch wir beide? Nein. Einen. muss ich vorher noch töten. Ich brauche noch Credits. Vielleicht habe ich auch die DNA von wem anders angenommen. Ah shit. Nice. Ich wollte um die Ecke den Spatenkick vorbereiten. Das war so schön Dalu. Ja mit der. Wie du meine Märtyre ausgenutzt hast. Mit dem Töten. Die Tür da einfach weggeschoben. Crap. Ich musste einfach losrennen. Weil ich wäre ja so oder so gestorben. Tad, als du dich einmal kurz in dem Raum versteckt hast, bin ich gerade außen rum an der Fassade in den Raum geklettert. Aber ich bin unterwegs abgestört. Tad, du für den Schmäh. Ich kenne die Map schon. Cockblocker. Du hättest auch reingehen können. Dann wärst du vielleicht nicht so qualvoll gestorben. Warum hast du ihn denn eigentlich getötet? Hast du so einen Headshot? Warum? Goro, wie geil du aber auch durch das Bisschen so zwischen diese Fässer gefallen bist. Ja. So wirklich keiner hinter der Leiche gefunden. Es hat auch niemand interessiert. Nefi. Ich glaub der. Dann hat er ja schon den Schuss gesetzt. Ne. Ich bilde mir ein, dass du das Traitor sogar reingehen kannst, oder? Nein, kannst du nicht. Das bildest du dir ein richtig. Du hättest es doch mal versuchen können. Ne. Du hast ein bisschen Ohr rum, ne? Das ist wie anfangen zu jallern, ne? Ja. Kundra macht gleich einen Abgang, wenn ich auf die Fässer schieße. Oh Gott. Oh, er hat's getan. Er ist wirklich gestorben. Goro hat Kundran abgeschossen. Goro. Ich war das. Goro. Boah. Wer hat mich vom Haus geschobst? Wer war das? Ich war das. Ich war das. Goro, wo bist du? Ich hab's zwar angekündigt, aber ich war's nicht. Tau Tau. Tau Tau. Ups. Alter, Kundra hat erstmal den Abgang gemacht. Da ist Nephi. Ja. Tau Tau. Wo ist Goro denn hin? Tau Tau ganz oben. Nein, läuft er. Tau Tau dumm. Achso, Goro ist ja Detective. Ja, da läuft er. Was willst du denn? Ganz oben, oder? Ne, ist schon tot. Gott sei es. Der hat mich vergiftet. Echt? Confirmed? Ja. Ich weiß nicht, wo er ist, weil ich nichts mehr sehe. Wo ist er hingegangen? Ach, Gott. Wie kommst du auf einmal dahin? Das wollte ich nicht. Das ist der größte. Verdient. Ich seh doch nix, wenn ich vergiftet bin. Du kannst doch nicht einfach um die Ecke kommen. Hör doch, wie süß war das. Fand den gut. Boah. Aber ein sauberer Schuss. Trotz nix sehen, Alter. Ja, verdient er jetzt. Oh, wie grün ich bin. Leck mich. Ich hab's nicht mehr. Ich hab's nicht mehr. Branche, bitte sei sanft, ich hab nur noch 3 HP. Nimm die Heim. Ey. War der Fallschill. Zweite Mal, ey. Also, er ist Nephi. Ah, ey. Meine nächste Chance. Ah, so viel seh ich noch. Ach, Tauter war tot. Ah, Mann, ey. Ich hab meine Harpone in die Tür geschlossen. Nephi, was ist das denn? Ey, du kamst auf die Ecke und ich dachte, Grants wär da noch irgendwo. Und dann bist du da. Grants mit dem Detectiveanzug oder so. Das hab ich ja nicht gesehen, weil ich... Das war sogar noch der Dehnte. Niedig. 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 Ja, mit dem sauberen Kopfschuss, ey. Ja, hat er schon mal gemacht. Da hier im Fastfoodladen. Stimmt. Und Nephi meinte immer, er kann nichts sehen und in seinen Aufnahmen ist alles weiß. Alles weg gemoddet, ey. Total freie Sinn. Die Grafik hab ich rausgenommen. Ich konnte nichts sehen. Lüge und Presse. Der schreibt immer noch, ey. Ja, ich weiß nicht mehr. Ich weiß ja die Bemühungen zu schätzen, aber der wird irgendwann alt. Ja, aber ist da konsequent. Ich weiß so wenigstens er jedes Video guckt. So konsequent. Er guckt jedes Video. Respekt. Das muss man sagen. Und ich find das okay. Ich find das gut. Ich hoffe, die Lügenpresse bleibt. Lügenpresse find ich gut. Und sonst... Der Putze ist ja nicht mehr da. Ja. Aber der Typ schon. Ey, das Tor ist die Kaffeetasse geworden. Hilfe. Nils ist hier. Ich bin nicht Nils. Da steht er. Der Waffe-Prop ist zu Tierquatten, Goro. Wer ist das da hinten? Crabs? Ninja-Sterne. Ich seh nichts. Fragen sie mir erstmal ihren Führerschein. Ey, du musst nicht schießen. Welchen? Longboard oder Führerschein? Der Longboard-Führerschein. Goro schon wieder Detektiv. Da muss ich mich ja jetzt zusammenreißen, ey. Mit keinem überall. Aber du musst aber schon... Hat dein Longboard grüne Plakette? Ja. Auspuff. Sonst darfst du nicht in den Grönner... Sonst darfst du nicht in den Grönner... Hat's für ein gültiges Pickel? Gültigen Pickel? Gültigen Pickel, ja. Oh. Ey, Nefi, es ist... Nein, Goro, da ist ne Falle! Du bist so doof. Ohhhhh. Ey, das Tor ist die Kaffeetasse geworden. Das Tor ist die Kaffeetasse geworden. Ah, Goro. Gibt's nicht mehr. Und ich hab's ja aufgehoben. Kaffeebecher. Kaffeebecher. Darum verfolgst du mich. Ich bin heut ganz schön sensibel. Weißt du das? Kaffeebecher. Ja, der macht wechselte Videos. Der hat's auch richtig geschrieben. Ich hab das jetzt so gemacht, weil er mich die ganze Zeit verfolgt hat. Dalu hat auf mich geschossen. Du hast auf mich geschossen. Ich hab dich immer nicht getroffen. Du hast auf mich geschossen. Richtig. Nehm dir das nächste, liebe Wasser. Exklusives Fass zu Dalu. Au. Einzug. Ohhhhh. Werden dich das getroffen hätte? Wer fesst? Ja, ja. In der Luft, ey. Kombo. TauTau ist es. Was? Ich bin gleich tot. Das wird gut Gaming sein. Gut Gaming ist es. TauTau. Nils. Wie kommst du jetzt auf das ISB? Ich hab gesehen, TauTau, was du da getan hast im Graub. Wobei, bitte nicht mein Video. TauTau oder Mann. Von den Scheiß Graub. Ich bin da oben gekrallt, während du mich beschuldigt hast. Also, irgendwer hat mein... Was warst du? Das ist Nils. Ich bin beim Graubstach oben gekrallt. Ey, der Detective verfolgt jetzt halt Nils. Das muss das sein eigentlich. Oh, der Detective verfolgt mich. Ja, weil er sehen will, wie du... Warum du getötet hast. So, wenn ich jetzt einen zweiten erwisch mit meinem Namen... Was ist das da? Oder was als ich hier rumlauft? Ja, schi... TauTau, ist es wirklich? Nee. Ich hab nicht gelogen. Wo ist er? Ja? Detective, du backst. Wie hast du das getan, TauTau? Ey. Was ist? Was ist? Willst du von mir? Schieß einfach. Hallo Mütze. Hallo Mütze. Hallo Mütze. Ach, schade. Bosta ist oben im Langgang. Verdammt, du hast es nicht... Du hast in Goro getanzt, Fisk. Ich... Ich hatte ans Fenster geguckt, du Affe. Nee, nee. Du hast in Goro getanzt. Ich hab nicht eingekauft. Check the tapes. Check the tapes. Ja und? Du wolltest vielleicht. Du hattest schon mal vorbereitet. Hattest du nur die Tast-Effekte? Hast du das echt nicht, Nefias? Nein. Deswegen hab ich mich ja umgebracht dann. Sorry, Granson. Guck mal, Nefias minus fünf Stunden. Salu hat dich von oben gemacht. Ob ich leb ja schon, Leute. TauTau ist einfach eskalierend. GoPro ist wirklich halt in die Falle gelaufen. Kunda dachte bestimmt, ich hätte ihn umgebracht. Nee. Ich war mir nicht sicher. Du hast ihn vor allem die ganze Zeit verfolgt. Das ist ja low. Nefi hat mich getötet. Ja. Ich hab ihn in die Fahne getrieben. Ich hab ja 1000 Karma. Yay. Ich nicht, ey. Ja. Was denn? Hat wohl nicht geklappt. Ich hab die doch bekommen. Echt? Nee, hat er nicht. Du hast schon eine. Nein. Goro frei zum Abschuss. Gut, noch fünf Punkte. Nee, sag das nicht. Kunda macht das. Kunda hat auf mich geschossen, aber... Wer? Der hat auf mich geschossen. Nein. Wir dürfen Goro nicht töten. Weil wenn Goro stimmt, hat ein Trader so einen Freifahrtschein. Ja, dann kriegt der direkt ein Ticket. Weil irgendeiner der Trader hat Goro da stehen. Das ist so ein riskantes Spiel. Mhm. Was aber bedeutet, dass ich inno bin. Wir schlagen mal drauf und gucken. Tata. Nee, du musst dich auch selbst machen immer. Hier ist Craps. Machen Sie bitte die Tür zu, es zieht. Hallo. Schieß gleich durch, ne? Mach doch. Guck guck. Genieße den Ausblick da. Oh, ist hier Blut. Danke. Hallo, schießt. Ja, hat er wirklich geschossen. Ich geh durch die Tür. Du hast dreimal geschossen. Ich hab mit einer kleinen Pistole geschossen. Anzahl ändert sich aber nicht. Warte. Wer hat auf mich geschließen? Hier ist Fisk. Hier bin ich. Fisk. Wieso machst du das zu? Kundran und Nils haben gerade ein Mexican Stand-Off. Noch nicht. Nils wollte mich gerade aus dem Fenster werfen. Wer verbrennt denn da gerade? Ich lasse das Fenster. Nils ist es. Nils hat Goro runtergeworfen. What the fuck? Warum wärst du Goro runter? Wann ist es Fisk? Wieso bin ich denn schon wieder? Ich bin... Er hat Goro runtergeschmissen. Ja. Aber Kundran ist es. Warum? Bodster frei zum Abschuss. Ja. Wo ist Bodster? Bodster frei zum Abschuss und Tautau hat nichts gemacht. Ich bin überhaupt nicht an Tautau vorbei gegangen. Natürlich bist du da. Sie haben euch beide beobachtet. Aber der andere ist leider Kundran. Knallt Kundran ab. Ach. Nice. Danke Nephi. War mein Ziel. Hast du gut gemacht. Ich sag doch Tautau, ist es. Hab ihn... Keine Ahnung ob Nephi einen Fade hat. Irgendwo ganz oben. Hast du ihn? Na verdammt! Nach der Zeit. Hast du gut gemacht, Grenz. Harch. Kundran sollst ich verraten. Was? Du hast dich darüber so gewundert, dass Nils ihn aus dem Fenster geschmissen hat, weil du wusstest, dass Nils inno ist. Ansonsten hättest du ihn einfach getötet. Er hat mich einfach getötet. Ich hab ihn einfach getötet. Ja, aber er war ja Trader. Ich hab ihn sogar identifiziert. Aber du hast dich ja trotzdem gewundert. War ja klar. Ja, weil ich ihn erschossen hab, dann hab ich gesehen... Also... Ja, aber es ist doch eine normale Reaktion. Dann knallst du doch einen ab, wenn du siehst, was er will. Hab ich doch. Hat er doch gemacht. Bei mir kam das... Ich hab das oben rechts dann nicht gesehen. Ich dachte, Kundran hat erst geredet und Nils leben gelassen. Nee, Kundran hat Nils direkt erschossen. Ja, find ich auch gut. Was geht denn jetzt schon wieder irgendwo ab? Eskulation! Schon wieder geschossen direkt. Disco, Disco. So geschossen? Disco, wen schießt du? Wen schießt du denn? Da ist nil. Hier wurde gemordet, oben. Hier unten wurde glaub ich... Kundran. Ich glaub oben wurde gemordet. Ja. Ey, ich bin noch am Leben. Kundran, wenn ich tot bin ist es Kundran. Wenn ich tot bin ist es Kundran. Es könnte auch da nur sein, oder Botz da die hinter dir sind. Nee, nee, nee. Wenn der Tod ist es ist Kundran, komm Gramps! Okay, ich nutze die Gelegenheit jetzt und werf das Fass. Wow, das war auf mich! Ah, da kommt die Heilige! Genau, da ist die Heilige. Ja, 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 ja. Witz, Nephi tötet mich jetzt. Oh, Fisk, Fisk, Fisk! Nephi hat den Trailergang geöffnet! Fisk, Fisk! Botz, da ist es! Lügenpresse! Nephi, lebst du noch? Hä, hast du nen Flopper gehabt, Gramps? Nein. Friendshipi! Ah, fuck! Dann ist es Fisk. Vorsicht, ich weiß nicht wo der ist, das scheint der Name zu sein. Ich sehe es unten unten, 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 unten. Der macht so nen Knick wieder. Du weißt jetzt... Wer hat mich? Alter. Ich hab ihn erschossen. Es war wirklich Fisk, ey. Ja, hä, war doch klar. Ich hab nur geraten. Nee, ich hab ihn beruhst, wie er jemanden getötet hat. High five, Tautau. Ah, Dalu hat Tautau umgekommen. Dalu ist es, Kunal. Ja. Aber hat er nicht auch Fisk getötet? Nein. Tautau hat Fisk getötet und dann hat Dalu einfach nur nen High five gegeben. Ja, den High five kenn ich. Den hab ich auch schon zu spüren bekommen. Aber wenn ihr jetzt davon ausgeht, dass ich es bin, nach wem sucht ihr dann... Klingen wir richtig. Aber es sind so viele Leute tot, ich könnte da jeder sein. Egal. Außer Kunran schieß ich auf jeden. Ja. Das würde ich nicht machen. Ja, vielleicht... Nee, Krabs ist identifiziert schon. Nee, Krabs ist tot. Ja. Das heißt, auf alle anderen würdet ihr schießen? Ja. Redet sonst ja keiner mehr. Was war mit Grants? Der jetzt... Wurde jetzt erst Kontrolle? Vorher hättest du noch auf ihn geschossen. Und Goro? Richtig assi. Goro ist hier. Ah ne, ist gut Gaming. An der... Eingangstür. Schieß doch mal... Du hattest ne Sniper, ne? Üben wir noch. Nicht runterspringen, das macht doch Damage. Mhm. One shot oder du bist tot? Ah, ja. Ah, überhebliche wieder am Start, ey. Ja, ja. Was hast du jetzt getötet? Ich? Mit der Faustschlag? Ah, wirklich mit der Faust, okay? Ja, ja, high five. Ah, da haben Tau-Tau, ey. Noch ein Schuss hätte ich gebraucht. Na, Anfang, ey. Ich hatte wieder Goro als erstes. Aber wie ist... Ich finde die Hitman-Lot langsam nicht mehr weg. Ja. Ist immer Goro als erstes. Ist aber echt so, ne? Das ist richtig schlimm. Bei mir richtig auf Nefi heute irgendwie. Die schießt sich an den Tag irgendwie auf einen ein. Ich hab die ganze Zeit cool dran, ey. Auf der Liste. Also vor mir. Aber hast du zwischendrin Zeit gehabt, dass du süffelst? Bitte? Das ist zwischendrin Zeit, dass du süffelst, oder? Ich hab nicht gesuffelt, nee. Ich hab ein Fanship-Bien gezündet. 60, glaub ich. Ich wollte grad süffeln, dann bist du reingekommen in den Scheiß. Was? Ja. Alle selber schuld, dass ich nicht mehr wegmache. Ich glaub, dass Nils erschossen und das habe ich beobachtet gehabt. Ja, ja. Nils hat das umgeschrieben. Ey, Konrad hat auf mich geschossen. Hab ich auch gesehen. Hab ich aber auch gesehen. Ey, es ist gar nicht, wenn du die Kaffeetasten. Ich glaub, es ist vielleicht Nefi. Ey, die Tür ist schon wieder auf. Schuld finde, der hat ja nicht gewünscht oder das? Ich bin die Tasse, ich brauch die Punkte. Komm da. Geht denn jetzt mal aufheben? Leute, was kam hier grad runtergeflogen? Nils. Nils kam runtergeflogen? Nils kam runter. Was hättest du gemacht? Kommt ein Vogel. Ich bin tot! Oh Gott, Franz. Ich bin tot! Er wollte sich grad noch outen. Und jetzt ist er tot. Was wollte er sagen? Ich bin Trader. Schon wieder ist die Kaffeetaste das Tor geworden. Ja. Mhm. Nils hat gelogen. Er ist nicht leer. Er ist nicht tot. Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Goro, ich stehe auf Goro's Liste. Hau ab. Hau ab, Alter. Nefi, dich mach ich. Goro. Hä? Goro. Wär schon lange weg gewesen. Goro, boi. Da bist du doch noch. Nee, ist Tautau. Goro ist da. Goro ist da. Nee, wo ist Nefi jetzt? Oh, Nefi? Nefi? Ja, Goro und Tautau. Hier unten ist doch Kun dran. Goro, Goro und Tautau. Oh Gott, Goro und Tautau. Ja, Goro und Tautau kannst du gleich vergessen. Goro, confirm? Okay, ich bin tot. Nein. Guck doch mal in Chat, Tautau. Nein, Krabs ist Deadbringer. Er lebt noch. Aber du kannst der zweite sein. Nicht doch die Leiche von Krabs. Oh, du warst. Jetzt bin ich tot. Und dann muss schießen. Äh, Metzeler bin ich tot. Bist du real? Sing erstmal. Danke. Okay. Mein Spiel ist abgestürzt. Oh nein. Echt toll gemacht, Goro. Echt? Ich hab doch noch einen Jugger noch gekauft. Ja, toll. Aber es geht noch bei mir. Dann macht ihr die Runde noch zu Ende. Bei mir ist gefreezed. Oh fuck. Es geht wieder. Lol. Es geht weiter. Okay. Ja. Komm schon, Goro. Worauf haben wir sie denn? Weiß es nicht. Gucken wir doch irgendwie ein geiles Trader-Item aus. Ja. Du kommst doch eh nicht zu. Komm her. Ich will den Brief schreiben. Au. Alles klar. Schreib mir einen Brief. Wo bist du? Au. So blöd. Da schießt einer. Überhaupt so schießen. Können alle Freunde sein. Nicht einer das tot. Bisk. Nur noch wir zwei. Echt? Und vielleicht Nefias. Echt mal, ey. Unfähig. Unfähig, ja. Hashtag. Das ist lustig. Da, ey. Free Willy. So, Nefi. Du aimst wie bei Minecraft. Ey, dich wollte ich grad wieder beleben. Hör mal auf damit. So. Aha. Und du hast auch dieselbe Orientierung. Bis zum nächsten Mal. Ciao.